Die Kamera in der Praxis In diesem Video sehen Sie das Live-Bild, wie es am Kameradisplay angezeigt wird. Auch einzelne Konfigurationsmöglichkeiten und eine kurze Videoaufzeichnung wird beispielhaft gezeigt. Wenn Sie einen tiefer gehenden Eindruck der Menüs und Einstellungsmöglichkeiten der Kamera sehen möchten, dann schauen Sie sich auch unser umfassendes Video der Kameramenüs an. Verwenden Sie die Pause-Taste des Videoplayers, wenn Sie einzelne Bilder längere Zeit betrachten möchten. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!